So, ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Together 4.3 mit mir, dem Kegel-Let's Player und dem guten Xenex. Genau, und wir Brüder gehen nach Fairport zurück. Wir wussten nichts von diesem Albtraum, denn der Großmarkt Abschnitt 3. Jetzt gehen wir schon einkaufen. Schon spät geworden? Ja. Sag mal, wie fühlt es sich an, den eigenen Bruder zu töten? Ach gut. Mir hat es keinen großen Spaß gemacht. Dir kam nie in den Sinn, Befehle zu hinterfragen, oder? Du hast ihm getan, was man von dir verlangt. Weißt du, was ich denke? Du hattest Schuldgefühle. Und das hat dich weitermachen lassen. Du hast einen völligen Knall, wenn du nach Fairport zurückgehst. Da unten hältst du keine Minute durch. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freeze tun. Oh, doch mal gute Nacht. Der bescheidene Versuch von Arme Camp, das Chaos zu besiegen, nicht so problemlos verlaufen. Ja, da will wohl jemand, dass wir nicht da hingehen. Ich will da aber hin. Ich will, ich will, ich will, ich will. Alles kaputt. War es gerade der Typ, den wir ohnmächtig geschlagen hat, der da... Mann, Tobi, was hast du da schon wieder für eine Unordnung gemacht? Das geht ja gar nicht. Dachte mir, das passt uns, Landschaftsbild. Mann, Mann, Mann. Ja, schon, wir alles mit Blut voll gesaut. Ganz toll. Ach, da liegt er rum. Da liegt der Kerl rum. Du hast wenigstens eine Waffe. Ja, ich hab auch nur 12 Schuss. Äh, ja, ich hab nur 12 Schuss. Da hinten ist ein Seelenband. Ich hol das mal. Ja, ich hab hier auch eins geholt. Äh... Okay, es war doch kein Seelenband. Das sah nur so aus. Toll. Ähm... Wo müssen wir jetzt lang? Ich würd' mal sagen, der Regel entlang. In der Regel gehen noch zur Regel. Okay, dann müssen wir also... Hier steht Exit, aber warum können wir nicht öffnen. Moment. Jetzt gucke ich mal eben. Ach, hier unten müssen wir... Ja, toll. Das ist ja... Ich hab davor nicht so drauf geachtet. Ich fiel mal. Ja, ich, äh, na... So sieht das aus. Komm ich hier lang. Scheiße. Was? Was war das? Äh... Ich weiß es nicht. Es hat sich schon wieder Unordnung gebracht und mein Chaos. Hör mal nur. Ui, Blur-Effekt. Ui, da ist grad was vorbei. Ich hab grad nichts gesehen. Nö, du kamst zu spät. So, ich glaub hier oben tauchen gleich wieder... Spastis auf. Ähm... Bitte... Dankeschön. Oh. Die leuchten Kerzen. Ist das nicht schön? Kannst mal auf mich warten. Dankeschön. Ich will die Kerzen kaputt machen. Lass die armen Kerzen. Wow. Wow. Das hat ja niemand um meinen Geburtstag gedacht. Alles Gute. Ich glaub mal, jetzt müssen wir hier runter. Das ist was grünes. Ich glaub das heißt, du kannst raus. Ja. Hier können wir raus. Was ist das hier? Ist ne Waffe. Ach, verdammt. Jetzt geht das schon wieder was. Wie gesagt, du kannst, du musst dich warten bis es vorbei... Ui, hier war was. Oh, sieht ja toll aus. Hm. Oh, Einkaufswagen. Komm, wir gehen einkaufen. Hier drinnen war was. Jochen Kahl. Oh Gott. Sie sind glaub ich ein bisschen tot. Oh nur ein bisschen. Die sind glaub ich ein bisschen tot. Ähm, warte mal. Ich hab wieder diese blauen Pfeiler unten. Ach, ist eine Knickdichter. Hm, neckereich. Ist ja nix. Nix. So, wie komm ich nochmal raus aus dem Kapp? So'n Sachladen hier. Ah jesu, kann ich nen Nachkampfangriff machen? Ey! Was hab ich dich getan? Ich schubs dich. Oh. Hätt ich grad meinen Namen gerufen? Ich hab nix gemacht. Was hat der grad gerufen? Ich hab was mit Server... Serverplug? Serverplug? Da liegen ein paar Granaten falls du brauchst. Ja, ich hab eine aufgehoben. Also eine konnte. Äh. Ich überschlägt man schon wieder die Tür vom Kopf. Oh. Das ist toll. Ne? Hier? Lade. Okay. Was zum Teufel? Das sind noch Kinder, oder? Ich hab auch grad Kinder gesehen, aber... Oh, hier Seelenband. Dankeschön. Hm. Was machen Kinder hier? Wenigstens gibt's was leckeres anscheinend. Lecker Kinder. Ja. Ich könnte mir noch aufgehend zeigen. Ja. Ich bin runtergefallen, David. Ähm. So geht's auch, okay. Ja, wir müssen kriechen. Ja, ich... ich hatte grad nen anderen Weg, aber... Okay. Wow. Wow. WTF? Ich geh hier rüber. Ich geh hier rüber. Ja, ich glaub das haben wir auch. Hm. Wow. Wow. Sieht aus wie das Büro von AWM. So. Seid wir hier runter? Also da geht's auf jeden Fall. Wo bist du lang? Dann müssen wir da doch runter. Ich dachte jetzt gerade, wir müssen eigentlich... Hier lang. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh, hier ist ein Seelenband. Dann nimm den gleich mit. Ui, hier war jemand. Du verpasst die ganzen großen Momente. Ja, ich hab hier gerade andere Sorgen. Ähm. So ne Scheiße, wie komm ich jetzt hier weiter? Einfach hochlaufen. Ja. Ich bring dich runter. Hoch. Ja, sorry. Ich muss gerade noch mal eine ganze runde rumlaufen. Ciao, ciao. Ich hab noch mal nicht warten. Oh, ich hab kein Problem. Wow, 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 wow. Genau hiern. Und einmal hier rüber. was einfach nur überspringen ich bin jetzt über den normalen weg gegangen weil ich hätte ja noch was liegen können so was haben wir hier denn problem ist nur ich habe nur diese eine waffe wie ich die kinder nicht angreifen kann hier sehen dann hast du schon ja but I'm the hunter hey schön fernseher ich mal die sind teuer irgendwas ist gerade mir entgegen gekrochen kann man nichts machen kann man die wegstoßen die der gesperrt steht hier bitte zombie was auch immer es ist oh schön ich freue mich im keks oh ich hab sogar ne axt hey hör auf mich zu bonbon ja ich richte mal ein bisschen munition und ich greife noch eh alle nur mit hinten an so hier durch hallo hier durch ah hier ich hab voll die klöten weggeschossen freut mich doch ja immer wieder lustig kannst du dir mal machen ich hier komisches signal ja ich habe gerade auch irgendwas komisches geschossen einmal war hier was ist doch gerade das geht ab jetzt ja jetzt ist ja wirst du das passiert ich glaube noch weiter machen wir das ich nehme das spiel sowieso nicht ernst ok es heißt auch nicht ernst aber das ist der vorgänger von drei boeing die spiel 4 so da ist noch einer brecheisen action problem ist nur da geht die munition so schnell alles dann lass mich mal dran hey das ist ein arschloch so ich brauche muni bitte hier geht es lang ich brauche trotzdem muni kann ja sein hier gibt es muni das wäre ihm meine ich das oh yeah da du dich wieder verläuft das ist knorke das mag ich natürlich sehr sehr gern haben wir erinnert hier müssen wir glaube ich durch hier hier hinter dir was oh steht dir das messer im kopf auch gut nee eher nicht schade da wäre ich glaube ich gegen wo bist du wo bist du mal gibt es hier noch irgendwie ouch das tut weh nur weil ich gesprungen bin ne hier kommt man nicht weiter leider leider nicht ist ne waffe wo ich bin die tür klemmt wo ist ne waffe da da ok ok hier sind wir wieder kerzen für mich gedeckt und hier sind auch hier ist auch noch waffen yeah oh baby das ist wahnsinn sehr schöne räume hier vor allem fliegt hier komisch papier rum ich wieder seit die knicklichter hui ich glaube irgendwas passiert gleich doch kann gut sein du hast das ist